Stroker Ace Entweder verursachst du einen Unfall oder gewinnst Sonst bin ich sauer Aber auch nur ein Mann Ja und mein Job ist es mit ihnen zu reisen um die Gewissheit zu haben, dass auch alles gut geht Ich zieh mir nur schnell was an Ein richtiger Mann Warum wollen sie nicht für Clyde Torkels Grillhähnchen spezial fahren? Er ist das schnellste Huhn auf der Piste Glaubst du es ist einfach mit solchen Latschen zu fahren? Ich habe schon viele blöde Dinge in meinem Leben getan Aber das hier ist das blödeste Ich fühle dich Wirklich? Ja Wenn wir es tun solltest du wach sein Ich werde dir das hier öffnen Damit die Bluse nicht knittert Dann hast du es bequemer The Reynolds als Stroker Ace Und dann sind da noch Ned Beatty, Jim Leavis Parker Stevenson, Baba Smith Und Lonnie Anderson Um ihn auf den richtigen Platz zu bringen Ist mein Sieg nicht sensationell? Ja 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 Ja